Warum hätten Sie sich nicht gefreut, wenn Sie zu Weihnachten eine Trendy-Handtasche bekommen hätten? Wann? Zu welcher Zeit? Zu Weihnachten war kürzlich. Ja, ja, nee, aber... Jetzt gerade, wir sprechen von der Jetzt-Zeit. Jetzt, okay, jetzt, Gegenwart. Gucken Sie, ich denke in verschiedenen... Sie denken in verschiedenen Dimensionen. Ich denke in verschiedenen. Ich versuche Sie aber in dieser Dimension anzupassen. Okay, ich hätte mich nicht gefreut... ...über eine Trendy-Handtasche. Äh, weil mir das nicht persönlich gehört. Was haben Sie gekriegt zu Weihnachten? Einen Engel. Wie, was für einen Engel? Ein selbstmodellierter Engel? Den Engel von einem Bildhauer von Thorvaldsen. So ein Hammerbildhauer, der alle großen Figuren der Geschichte in groß Marmor gehauen hat. Das habe ich in kleinem Format gekriegt. Ich wollte gerade sagen, mit Kram. Den Engel der Taufe. Er wurde in meine Einzimmerwohnung reingehoben und jetzt bin ich obdachlos. Was ist das für eine eigenartige Übersprungshandlung, die Sie jetzt in Zettel so verhalten? Ja, irgendwie, weiß ich auch nicht. In welcher Beziehung sind Sie eine Ökowollsocke geblieben? Weil Sie müssen in Ihrer Jugend schwierig gewesen sein mit so Batik-Hemmen und sowas und Anti-Haltungen. Indem ich gerne, ich esse gerne Bio-Essen und ich habe jeden Tag ein schlechtes Wissen, in mein Auto zu steigen und lieb aber trotzdem Autofahren. So was zum Beispiel. Haben Sie so ein dickes Auto? Ja. Aber ich fahre mit Gas. Gelegentlich? Immer. Mhm. Welcher männliche Schauspieler ist in seinen Rollen so authentisch, wie Sie es in Ihren sind? Keiner. Der Lautstärkewechsel, das ist das, womit man so schwer leben kann. Okay, Armin Rode finde ich Hammer. Wenn Sie Mitglied des Bundestages wären, in welchen Redner würden Sie durch Zwischenrufe zu stören versuchen? Welchen? Ja, welchen Politiker, wenn fällt Ihnen da so ein, der im Bundestag normalerweise spricht, würden Sie eher Franz Müntefering stören? Guido Westerwelle, obwohl Franz Müntefering ist, glaube ich, gar nicht mehr Mitglied des Deutschen Bundestages, aber Peter Struck? Ich glaube, Peter Steinmeier sogar. Den würden Sie... Halt der Peter? Der heißt Peer Steinbrück? Nein, Steinmeier. Frank-Walter Steinmeier. Frank-Walter. Warum würden Sie den zu stören versuchen? Um ihn zu provozieren, ob er wirklich ein guter Kanzlerkandidat ist, weil ich das irgendwie nicht so glaube. Nee? Ich glaube, er ist gut. Ja? Mal gucken. Okay. Was ist das Fraulichste an Ihnen? Ähm, ich glaube, das müssen andere Beurteile. Ach, na toll. Nein, okay, na gut. Warte auf. Ich überlege. Was ist das Fraulichste an mir? Ach Gott, was ist denn das für eine Frage? Mann, ey. Also gut, das Fraulichste. Ich glaube, ich habe ganz schöne Haut. Fühlt sich, glaube ich, gut an, wenn man sie anfasst. Recht knackig. Welcher Geruch ist für Sie der männlichste? Nichts Schweiß. Das ist erstmal eine Nein-Antwort. Okay, Sie wollen jetzt eine Ja-Antwort. Wenn es hier so warm riecht und... Wo, da? Hier? Ja, hier, so hier. Hier, bei einem Mann zu riechen und so ein bisschen warm riecht es. Die Haut, man riecht so leicht die Haut, den Körpergeruch und es dampft so leicht von hier unten hoch. Und dann so ein bisschen irgendein eigenes Parfum. Also ein Parfum. Ganz leicht. Das finde ich Hammer. Was wären Sie lieber für 14 Tage? Ein Mann oder der Hund von Anneke Kim-Sahnau? Mann. Und warum wären Sie das gerne mal fangen? Der Hund hat es einfach größtenteils gut. Das weiß ich schon, wie es dem geht. Das ist ja so eine Verbindung. Hund und Herrchen, Frauchen. Das ist so. Das kann sich auch eigentlich auswechseln. Wenn mein Hund Auto fahren könnte, könnten wir eigentlich komplett tauschen. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017